Hallo, 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 ihr super süßen, schnuffligen Menschen da draußen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. So, meine lieben Freunde, die letzte Folge, sorry, da war ich ein bisschen langsamer als sonst, denn ich bin gerade dezent überfordert gewesen gestern, weil wir noch so viel für den Stream vorbereiten mussten, falls ihr das mitbekommen habt. Hallo, wir streamen jeden Tag bis zum Freitag. Ne, aber ich war so ein bisschen überfordert, weil, oh Gott, es musste alles ganz schnell gehen und ich war hier und da und da und deswegen war ich ein bisschen entspannter als sonst, glaube ich. Ich habe ein bisschen entspannter kommentiert und jetzt, ja, Party, bin ich wieder vollkommen verrückt. So, ich hoffe, ihr habt mich total vermisst. So, meine lieben Freunde, ja, ich dachte mir jetzt mal, Also, wir sind ja immer noch hier jetzt wirklich ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Also, Hayley ist jetzt eingezogen, es läuft ganz okay und heute würde ich gerne dann so einen kleinen, ich will nicht sagen Test machen, aber schon so eine kleine Art von Test, in Anführungsstrichen. Also, ich würde halt gerne einfach Chiara mir nehmen und packen nach der Schule und mit ihr zum Beispiel dann irgendwo mal hingehen, in den Park oder weiß ich nicht und dann halt schauen, wie Hayley auf sie reagiert, ob das da läuft zwischen den beiden oder eher nicht. Denn, ja, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, immer so diese Tests hier, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, weil wir dann nämlich umso schneller herausfinden, ob das was für sie ist oder nicht, weil, wie gesagt, mit Kinder adoptieren oder vielleicht als Vampiren ein Kind kriegen, das ist ja alles noch drin und ich möchte wissen, ob Hayley da mit dabei wäre. Und, ja, wer sich auf jeden Fall noch richtig dolle freut, dass Hayley hier ist, das ist auf jeden Fall der Noah, denn der hat endlich auch eine coole, entspannte Socke gefunden, mit der er sich instant super gut versteht, abgesehen natürlich von seiner Frau, denn mit Annalena ist ja noch so ein bisschen... Nicht ganz so gut, würde ich mal sagen. Ja, guck mal, und sie freut sich, oder? Oder sie ist... Oh, 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 Hayley kann sich instant einen Dreier vorstellen. Oh mein Gott, hallo. Okay, ich meine, warum nicht? Nein, äh, natürlich, ähm, nein, 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 also hier, äh, aber das ist ja... Das wäre jetzt lustig, wenn Hayley jetzt so in unser Leben treten würde und wir dann auf einmal so eine offene Dreierbeziehung irgendwie... Irgendwie in Erwägung ziehen würden. Und das wäre echt mega, mega verrückt. Aber ich glaube, sie fand es nur so toll, dass wir uns hier öffentlich knutschen, weil wir halt so, so, so süß zusammen sind. So, ähm, ich glaube, meine Süße, du musst jetzt langsam mal aufstehen. Du kannst dir gerne noch ein Lunchpaket... Oh, warte mal. Ich mach, ich mach der Kleinen mal ganz kurz ein Lunchpaket. Denn sie muss ja jetzt in die Schule. Möchtest du ein Stück Torte mitnehmen? Warte mal, dann packe ich dir ein Stück Torte ein. So, jawohl, dann gibt's nämlich ein leckeres Lunchpaket für unsere kleine, süße Maus. So, perfekt. Und dann kann sie das mitnehmen, dann stell das mal hier ab. So, du nimmst jetzt das Lunchpaket. Warte, 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 warte. Im Inventar, Vorsicht, bevor du... Ja, 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 du... Ja, du kehrst kurz heim. Du bist noch gar nicht unterwegs, deswegen kannst du auch noch kurz heimkehren. Weil dann kann nämlich unsere kleine, süße Maus in der Schule ihren Kuchen weiteressen und wird nicht irgendwie verhungern oder so. Ich hoffe auch so, dass sie nicht verhungert. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. So, außerdem kam jetzt auch noch Gideon in der letzten Folge vorbei. Was grundsätzlich eigentlich ganz cool ist, muss man sagen. Also ich hab mich mega gefreut. Wir haben ja da... Kann ich Plasma trinken noch nicht, ne? Okay, dann muss ich leider auf die guten alten Plasma-Früchte zurückgreifen. Ja, mit Gideon hab ich ja auch ein super gutes Verhältnis, muss man sagen. Er ist so mein, mein, mein cooler... Ähm, nee, jetzt, jetzt, jetzt darfst du... Jetzt musst du zur Schule. Jetzt hast du leider keine Zeit mehr für deine Torte. Ähm, mit Gideon mach ich gerade so ein bisschen so meine Vampir-Erlebnisse auch noch. Also meine, ja, Vampir-Geschehnisse, alles, was ich so... Die heutige Post wurde zugestellt. Du, wow, 7000 Simoleons. Holla, die Waldfee. Wann hatten wir dann zuletzt mal... Eieiei, wann hatten wir denn zuletzt mal Rechnungen zu bezahlen? Das ist auch schon eine Weile her. So, jetzt muss ich erst mal schauen. Also wir machen uns jetzt erst mal auf jeden Fall fit für, äh, dann diesen Nachmittag mit Chiara. Das heißt, wir werden, ähm, auch dann nochmal hoffentlich ein bisschen an dem Garten herumbasteln, weil sonst vergeht mir der hier schon wieder. So, dann pflegt mal den Garten. Oh, warte. Ist wahrscheinlich... Nee. Die Schicht im Krankenhaus von Annalena beginnt. Soll Annalena allein zur Arbeit gehen oder möchtest du mit? Ja, ich schicke sie alleine los. Ich habe gehört, dass du dich mit Gillian Herondale angefreundet hast. Ach, habe ich das? So, der erste Schultag für Chiara. Und, ähm, was möchte Sammy? Hat Sammy Hunger? Ist Sammy hungrig? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich hat er Hunger. Deswegen gehe ich ihn mal schnell füttern. Der erste Schultag für unsere kleine Maus. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, was sie für neue Freundschaften, äh, schließen wird. Und ich bin, oh, ich bin allgemein so gespannt. Und warum hast du Pupu? So, wenn du sowieso gerade... Achso, du bleibst jetzt, warte mal, wann, wie lange würde denn... Ja, bis 19 Uhr. Wisst ihr was? Da würde ich mal sagen, wir nehmen uns einen Tag frei. So. Warte mal, dann mach das mal ruhig. Nimm dir mal jetzt schon den Tag frei. Weil dann können wir nämlich... Weil jetzt hatte ich halt diesen wunderschönen Plan mit am Nachmittag zusammen verbringen und so. Das würde ich mir auch ungern nehmen lassen, um ehrlich zu sein. So, Annalena hat einen Tag Urlaub. Genießt den freien Tag. Ja, den werden wir auf jeden Fall genießen. Also, ich denke, mit, ähm, mit Tieren kommt unsere liebe Hailey super gut klar. Und freut sich auch richtig. Ähm, müssen wir mal schauen, wo ist Milo daneben uns? Was hörst du denn, kleine Maus? So, kann ich dich direkt vom Sofa ausstreicheln? Oder sieht das wieder ein bisschen komisch aus? Ich glaube, sie hat bestimmt wieder Hunger. Irgendwie, unsere Tiere haben permanent einfach nur Hunger. Die sind so gequält von diesem Hunger. So, was möchtest du noch? Ein mystisches Relikt durch Fusion erstellen. Ja, da müssen wir aber nochmal wieder zurück. Leider in den Urlaub. Aber da wollten wir ja sowieso jetzt mal demnächst hin. So, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Gideon Herondale, oh Gott, jetzt fragen alle wegen Gideon. Ja, wir haben uns auch wirklich mit Gideon angefreundet. Ist auch ganz gut verlaufen. So, was ich heute auch auf jeden Fall machen möchte, ist mal wieder mit Noah in die Tierarztpraxis. Ich meine, ich kann Hailey auch gerne mitnehmen. Unsere gute Betty, die schläft ja sowieso noch ein bisschen. Die hat sich ihre freie Zeit oder beziehungsweise ihre Auszeit auch auf jeden Fall verdient. Aber wenn wir dann fit sind, würde ich sagen, wir nehmen Hailey einfach mit. Ich würde sie ja super, super gerne anstellen. Aber ich glaube, das funktioniert leider nicht. Aber wie gesagt, jetzt, da wir so ein bisschen best friends sind, können wir ihr das ja auch mal... Oh Gott. Alter, wer macht denn solche Fotos? Oh mein Gott, das ist das perfekte Foto. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe auf Simstagram... So, er kneift gerade sein Code ab, denke ich. So, hat die Fotografiefähigkeit. Hat nun 25 Follower dazu gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Sammy. Sie wollen alle sehen, wie du auf Toilette gehst. Oh. Und ich wurde auch im Stream gefragt, ob ich nicht mal Kira auch erstellen könnte. Also, wenn wir uns noch ein weiteres Familienmitglied, irgendwann tierisches Familienmitglied wohlgemerkt holen, dann ist es auf jeden Fall Kira. Dann haben wir nämlich Kira und Sammy mit am Start. So. So, dann würde ich mal sagen, wir ziehen uns jetzt hier an. Und dann... Oh, sie hat echt super viele Outfits. Also, sie hat sich immer so viel Mühe mit Heidi gegeben. Das sieht man einfach immer wieder. Vor allem, ich finde es cool, dass sie dann immer auch so switchen kann zwischen dem Outfit und dem und dem und dem. Das ist mega fancy auf jeden Fall. So. Bist du fertig, mein Lieber? Ja, du bist fast fertig. Oh, warte mal. Komm mal her. Komm mal her. Du sehnst dich ein bisschen nach Aufmerksamkeit. Dann lass uns mal mit dem Laserpointer ein bisschen spielen, mein Schatz. Ach. Ach, stimmt ja. Du warst ja auch noch da. Stimmt. Ich dachte... Oh, ich hatte irgendwie gerade angenommen, dass ich schon auf Arbeit wäre. Aber stimmt. Klar. Wir haben ja jetzt gesagt, wir bleiben den Tag über zu Hause. So. Na gut, dann können wir uns ja trotzdem um Sammy so ein bisschen kümmern. Und Noah kann trotzdem dann entspannt, meiner Meinung nach, mit Heidi zu der Tierarztpraxis gehen. Einfach, dass Heidi mal was anderes sieht, außer diese vier Wände. So. Der Garten ist soweit okay, ne? Den müssten wir mal vielleicht demnächst ein bisschen weiterentwickeln. Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir reisen zum Pfoten... Oh Gott. Oh Gott, der war auch schon wieder ewig auf. Uppala. Vergesse ich immer, den zu schließen? Und vor allem, es hat mir 12.930 Simoleons Nettogewinn gebracht. Und ich habe gerade mal... Ah, für zwei... Für 96 Stunden... Ich will es ja nicht sagen, aber 96 Stunden hat jetzt Derek wieder durchgearbeitet. Und hat gerade mal 80 Simoleons bekommen. Oh mein Gott. So, der Stresslevel ist ausgezeichnet. Die Atmosphäre könnte noch ein bisschen verbessert werden. So, dann reisen wir jetzt mal dahin. Ich habe schon wieder vergessen, dich zu machen. Ernsthaft? Oh Mann. Also, wenn der Typ nicht bald kündigt, dann weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. 80 Simoleons für fast 100 Stunden Arbeit. Oh mein Gott. Alter. Oh, wow, 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 wow. Also, das ist wirklich... Autsch, auutsch, auutsch, auutsch. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir laden trotzdem Hayley hierher ein. Dann kann sie sich das mal angucken. Und, ja, die Frage ist, was kann ich denn noch großartig an der Atmosphäre verändern? Weil ich finde, wir haben schon recht hochwertig... Gut, wir könnten noch hochwertigere... Ähm... Äh... Die Kiste, ne, es sieht aber echt bescheiden aus, muss ich gestehen. Ähm... Sowas sieht aber auch irgendwie nicht so cool aus. Sowas ist halt eigentlich ganz stylisch. Dann mache ich sowas mal. Weil das ist ja so ein ganz berühmtes Bild. So die Hunde quasi beim Pokern, nur in diesem Fall, sind sie halt, ähm... Die Hunde beim Lama spielen. So, das sieht nämlich ganz, ganz edel dann aus. Ähm, dann hängen wir hier noch so ein... So ein ganz edles Bild dran. Ich muss halt irgendwie das Ganze so ein bisschen aufwerten, wie man unschwer kennen kann. Ähm... Vielleicht einen etwas teureren Teppich. Sowas zum Beispiel. So einen magischen Teppich. Der ist zwar... Also, jetzt sieht das halt alles so ein bisschen... Das Problem ist, es sieht halt dadurch alles so ein bisschen zusammengewürfelt aus, finde ich. Aber sie wollen halt so edlere Sachen. Von daher muss ich jetzt auch versuchen, mit Edel so ein bisschen zu dienen. Ähm... Hier ist sonst alles super. Das sieht auch ganz okay sonst aus. Ähm... Was kann man denn noch irgendwie... Gut, mehr Fenster... Ja, keine Ahnung, ob man da noch irgendwie was machen sollte. Ich meine, die besten Stühle haben wir jetzt nicht. Aber es sind schon mega gute. Gut, wir könnten solche noch aufstellen. Gut, dann stelle ich einfach mal solche auf. So, das sind jetzt aber wirklich die exklusivsten Möbel, die ich langsam habe. Also, da müssten die jetzt auch einfach mal zufrieden sein. Das passt halt sehr gut. Aber ich finde die andere Couch ist sogar noch ein bisschen besser. Das sieht halt auch... Das sieht halt auch überhaupt nicht bequem aus, muss man sagen. So ein künstlerisches Sofa könnten wir sonst auch noch nehmen. Ja, komm, dann nehmen wir noch so ein künstlerisches Sofa und dann hat sich das... Also, jetzt müssen sie echt, finde ich, langsam aber sicher mal zufrieden sein. Wir können auch noch irgendwelche teuren Skulpturen hier herstellen. Und... Aber, ja, ich meine, es ist doch okay so, oder nicht? Also, ich finde es mega gut. Ich finde es mega gut. Und ich lasse es jetzt auch erst mal so. Weil ich das so nämlich auf jeden Fall mega okay finde. Wir haben jetzt auch ein bisschen Geld ausgeben. Ich meine, wir haben noch 41.000. Ich weiß gar nicht, was ich mit 41.000 Simoleons machen soll, um ehrlich zu sein. Aber... Okay, so, Heidi. Du kannst ja hier dich schon mal hinsetzen und so ein bisschen die Leute animieren oder so. Einfach so, hey, und hier, und komm, ach, warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine Idee. Da nehmen wir jetzt nämlich die edle Maschine von. Vielleicht steigen wir dann auch noch mal hier in der Gunst. So, und haben wir davon auch noch eine edlere Variante? Ja, hier, guck mal, davon haben wir auch noch eine edlere Variante. Dann nehmen wir auch noch die etwas edlere Variante hier. Auch alles schön in den Blautönen. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall... Jetzt müssen wir definitiv die ultimativ tollste Praxis der Welt haben. So, vor kurzem gebissen. Ja, das tut mir auch immer noch unendlich leid. So, wir machen mal hier noch ein industrielles Entspannungs-Serum. Level 4 der Videospielfähigkeit. So, dann warten wir jetzt nämlich, bis Chiara dann quasi aus dem... Ach, hallo, Derek. Bis Chiara aus der Schule kommt. Und wie gesagt, Heidi kann sich hier dann mal so ein bisschen umgucken. Kann das alles mal ein bisschen erkunden. Und, äh, ja, wenn sie dann Lust hat, kann sie dann hier jederzeit auch... Also, wenn sie Bock hat. Also, ich will einfach nur, dass sie es mal sieht, dass sie mal aus den vier Wänden rauskommt. So, behandelst du, Niner? Ja, ich denke schon, ne? Genau so, Derek macht das ganz gut. Wir müssten jetzt halt mal ein bisschen Platz schaffen für einen weiteren Behandlungsraum. Also, weil wir haben bisher nur eine Behandlungsmöglichkeit und jetzt, wo wir aber auch Derek haben, könnten wir es wirklich auch nutzen, dass er halt uns dann jetzt auch noch mit einem zweiten Behandlungsding hilft. Die Frage ist nur, wo ich es hinstellen soll. Wir haben halt nicht so viel Platz, ne? Das ist das Problem. Gut, wir könnten, ne? Vor allem, eigentlich würde ich halt lieber, um ehrlich zu sein, behandeln. Ich überlege, ob ich das Bad vielleicht noch so ein bisschen... Wartet mal, ich gucke mal gerade ganz kurz. Was wäre denn? Gut, die Form... Ich würde halt gerne trotz alledem die Form so ein bisschen erhalten, weil ich finde, das sieht schon ganz süß aus. Aber hier hinten, ich glaube, das stört niemanden, wenn wir hier unten zum Beispiel jetzt mal sagen, wir nehmen diesen Bereich und packen den zum Beispiel hier ran. Jetzt verschwindet halt ganz kurzzeitig der Kratzbaum, aber ist dann halt einfach so. Und dann machen wir das nämlich so. Und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit... So, unseren Staubsauger, den packe ich mal jetzt einfach hier ran. So, dann mache ich den Kratzbaum nämlich... Dann mache ich da vielleicht einen großen Kratzbaum hin oder so. Das Problem ist nur, da hinten, da passt ja jetzt trotzdem nicht so wirklich was rein. Wir müssten halt, wenn so, vielleicht machen. Und dann jetzt hier nochmal versuchen, dass es hier stehen kann. Aber wie man sehen kann, es ist halt nirgends so richtig Platz. Nein, verschwindet aber auch wieder der Teppich. Das wäre auch ein bisschen doof. Oder wir machen das Ding... Hier hinten passt es ja auch nicht rein, ne? Na ja doch, es passt schon rein, aber... Da hinten kommt halt keiner ran, schätze ich mal. Ja, nee, da kommt halt keiner ran. Es muss halt hier irgendwie mal reingehen. Das wäre halt ideal. So, und jetzt vielleicht doch nochmal hier so. Nee, das passt auf gar keinen Fall. Da fehlt uns ein bisschen Raum, da fehlt uns ein bisschen Raum. So, das lasse ich mal, weil sonst... Ha, gute Frage. Ja, warte mal, vielleicht werden wir das doch so rumstellen. Ah, das geht sich fast aus. Okay, wartet mal. Ich bin, ich bin gerade... Sorry, ich will gerade, ich will gerade einfach nur, dass es... So, dann... Sollte ja eigentlich passen. Dann können wir hier... Können wir das nicht... Ja, dann können wir das nämlich einmal so ein bisschen zurücknehmen. So, jetzt müssten wir halt hier... Am besten wäre, wir stellen halt irgendwie... Warte mal, hier hat es gerade reingepasst. So. Ah ja, perfekt. Das wäre, das wäre gut. Dann haben wir nämlich hier... So, ich hoffe, dass es geht. Dann haben wir nämlich hier zwei Behandlungsmöglichkeiten. Ich stehe ja dann sowieso da. Das Tier kommt dann von da. Und da hinten ist trotzdem noch Platz. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Warte mal, aber wir haben jetzt trotzdem noch nicht... Ähm... Ja, dann machen wir nämlich... So, sorry, jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier... Äh, dann nehmen wir nämlich einen richtig schönen Kratzbaum jetzt auch noch. Nee, ich will das jetzt endlich mal so ein bisschen edler haben. Damit die Leute sich so denken, oh, ja, 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 ja. Ähm... So, dann nehmen wir mal diesen... Den neuen. Und färben den jetzt einfach auch mal so ein bisschen Gold... Goldschwarz ein. So, perfekt. Dann können wir jetzt nämlich auch, ähm... Patientin warmherzig begrüßen. Dann können wir jetzt nämlich hier auch hoffentlich an das zweite Ding ran. Ich hoffe, dass das dann klappt. Das wäre dann nämlich ideal. Dann haben wir hier wirklich die Möglichkeit... Also dann sieht das Ganze nämlich auch ein bisschen edler aus, ne? Sieht schon hochwertig aus mit diesem roten Bordeaux. Das, finde ich, sieht schon sehr, sehr stylomäßig aus. Und dann hoffe ich halt, dass wir hier die Untersuchung von Max jetzt ohne Probleme beginnen können. Und es sieht auch sehr, sehr gut aus. Jedenfalls, wenn der Hund irgendwie mitspielen würde. Jawohl, das sieht gut aus. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich hier beide wirklich nebeneinander parallel arbeiten. Oh, jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Miguel Cantoy oder CainToy fragt, ob ich zu ihm rüberkomme. Ne, jetzt gerade nicht. Gerade bin ich wirklich ganz hart beschäftigt. Also ich würde schon gern, dass wir hier mindestens Level 2 dann irgendwie bekommen. So, dann besänftige ich das Schlugelchen mal. So, ist das perfekt. Dann können wir nämlich parallel wirklich zueinander arbeiten. Das ist wirklich ideal jetzt. Und wir können da noch ein paar wunderschöne Sachen irgendwo aufhängen. Aber so, vor allem, Derek und Noah sehen sich ja auch sehr ähnlich. Also dementsprechend, vielleicht haben wir dann auch so einen Vorteil, dass sie dann alle, weil Derek gute Arbeit macht, dass sie dann alle denken, wir machen dann genauso gute Arbeit. So, dann würde ich mal sagen, hier, du kriegst direkt ne Level 9 der Tierarztfähigkeit. Noah hat eine Menge Vorteilspunkte für seine Tierklinik erhalten und kann jetzt die Schwanzwedelmechanismus-OP durchführen. Ui, hallo, sehr gut. So, sehr, sehr gutes Tierchen hier. Warte mal, bevor wir die Rechnung geben, bezeichnen wir es noch als Zwoops-Tierchen. Jawohl, Max, du bist ein ganz, ganz gutes Tierchen. So, perfekt. Hä, hast du... Derek, was ist da los? Okay, scheinbar, scheinbar sind wir noch so ein bisschen... Vielleicht ist er noch so ein bisschen schüchtern. Also ich muss ihn auf jeden Fall mal schulen dann jetzt demnächst. Ich werde ihn auch von dem Geld, was wir jetzt hier noch haben, werde ich ihn auch definitiv schulen. Und... Hat er es jetzt? Ich weiß nicht, was mit Sascha los ist. Ja, sehr schön, jetzt hat er Niner ordentlich. So, wir werden ihm auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung geben. Oh, jawohl, endlich auf zwei Sterne. Woo! Hat ja auch überhaupt nicht lang gedauert, Mensch. Oh Gott, das war wirklich allerhöchste Eisenbahn, wie ich finde. So, kein Problem, Derek. Ich mache das hier schon, ich mache das hier schon. So, kleines Mäuschen. Dann besänftige ich dich mal. Dann würde ich auch mal sagen, wir lassen keine neuen Patienten zu. Ich finde es halt cool... Hier, guck mal, Heidi, du kannst es dir ja mal angucken, was hier der Noah so treibt. So, warte. Als erstes dann mal deine Temperatur direkt. Die Hunde und Katzen scheinen hier alle aktuell dasselbe zu haben. So, perfekt. Und ich glaube, wir können auch direkt gleich schon wieder behandeln. Guck mal, und alle gucken uns über die Schulter. So, auch dir gebe ich eine Queech-Fidee-Pille. So, und Heidi kann dann mal zugucken, wie das nämlich so ist. So, und dann noch als gutes Tierchen bezeichnen. Und dann haben wir nochmal ein paar Vorteilspunkte. Krankheit geheilt, sehr schön. So, drei Sterne immerhin ist es denen schon mal wert, hier unsere Behandlung. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, dass wir hier an dieser Stelle einen Cut machen. Ich werde jetzt mal nochmal dafür sorgen. Befördern werden wir ihn auf jeden Fall. Und dann werde ich für ihn eine kurze Schulung buchen. Und dann werde ich ihn, glaube ich, auch nochmal gleich befördern. Weil er halt wirklich jetzt schon lange bei uns arbeitet. So, und damit ist nämlich Chiara jetzt auch aus der Schule zurück. Das heißt, wir können auch Derek erstmal die Tierarztklinik überlassen. Und dann können wir sie wirklich noch ein bisschen offen lassen. Oder wir überlassen einfach Noah und Derek die Tierarztklinik. Sehr schön. Jetzt kann ich mir endlich den neuen Gartenzweck kaufen. Ja, ich denke, das ist völlig legitim, dass wir ihm jetzt so viel gegeben haben. So, Tierarztklinik können wir uns erst bei 5000 geringerer Tierstress können wir dann auch nochmal. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Distance 4. Und zwar am Donnerstag direkt wieder. Und ja, Hayley und Annalena werden dann mal gucken, wie sie gemeinsam so mit Chiara zurechtkommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt und sage Bye Bye. Und bis dahin verabschiede ich mich jetzt.